Ich hoffe, Sie haben Zombrex. Runter! Was ruhig bereit und schlittere drauf! Verdammt! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das hat ganz schön gedauert, Nick. Oder wie du heißt. Gehen wir runter in den Kühlraum. Ja, komm ruhig rein. Scheiße! Oh, Mensch! Verdammt! Falsch! Offshot! No, verdammt! Ah, nicht jetzt! Los, eine Waffe! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Stammt! Oh, tut mir echt leid! Oh, tut mir leid! Oh! 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 Oh, jemand sollte die Verkabelung hier drin reparieren. Gut, wir müssen die Kleine finden. Du musst dir die Namen auf den Fächern ansehen. Wir suchen nach einer Nicole White. Das soll ihr Pseudonym sein. Und mein Sombrax? Ich könnte sterben, Mann. Schön langsam. Du siehst doch gut aus. Wenn ich mutiere? Ach, okay. Ich hab eine Knarre. Da! Ja, dieser Typ ist so und so der Dritte. Ja, Mama hat bei den ersten beiden Malen was falsch gemacht. Hm. Die Kleine will sich einfach nicht zeigen, was? Heilige Scheiße, das ist meine Ex-Schwiegermutter. Sorry, Börter. Das sollte es sein. Ich muss es aber verschlossen. Das ist genug für diesen Scheißen. Wo ist sie? Die müssen irgendwo Schlüssel sein. Such hier drüben. Das soll die Brüben sein. Was hat die Brüben sein hätte lassen? Ich hab die Schlüssel. Befreien wir dein totes Mädchen, dann holen uns das Zombrex. Hey, hier steht die Torf White. Aber hier ist keine Leiche. Nicht da? Ganz ruhig, keine Panik. Hey, sieh im Hinterzimmer nach. Oh Gott, Annie. Kennst du die Kleine? Nein. Nein, ich hab mich geirrt. Es ähnelt einer Bekannten. Okay, gut. Komm, hilf mir. Bewegen wir sie. Moment. Ich hab dir geholfen und jetzt hilfst du mir. Ich weiß nicht, Mann. Es scheint keinen Zombrex mehr zu geben. Tja, dann kann ich wohl nur noch warten. Tut mir leid. Wirklich, tut mir leid. Hey, soll ich dich kalt machen? Dann musst du nicht leiden. Mach schnell. Schön, okay. Ich beeil mich ja. Bin gleich soweit. Oh mein Gott. Ist wohl noch gesichert. Kann ich? Kann ich mal sehen? Zeig mir die Knarre. Übrigens, gern geschehen. Machst du jetzt mal? Okay, ich mach's. Ich schieß nicht so gut. Lass mir etwas zeigen. Oh, Mist. Das war die letzte Kugel. Moment mal. Sieh dir deine Wunde an. Sie heilt. Sowas hab ich echt noch nie gesehen. Was für ein Free bist du. Ah. Ich glaub, ich weiß gar nicht, was ich bin. Du brauchst wohl auch keinen Zomprex. Ist doch gut ausgegangen. Also, ich wollte dich auch nicht erschießen. Du scheinst okay zu sein. Danke. Okay. Gehen wir. Dann hilft mir halt nicht. Okay. Hey, da du jetzt doch nicht stirbst, musst du mir einen Gefallen tun. Du musst die Leiche zum Club von meinem Boss fahren. Dem Diamond Panty. Er ist hier in Engleton. Ich muss was Wichtiges besorgen. Halt, hör zu. Ich muss zurück zu meinen Freunden. Vielleicht kommen wir hier weg. Wir haben ein Flugzeug. Wir müssen nur noch ein paar Sachen finden. Mein Boss hat gute Verbindungen. Verstehst du? Sehr gute Verbindungen. Er besorgt dir Benzin und alles, was du brauchst. Lass sie einfach im Auto und wir treffen uns im Club, okay? Los, ich muss weg. Okay, wir treffen uns dort. Ich, ich... Werde da sein. Ja, Boss. Nein, ich fahre sie gerade rüber, Sir. Ja, ich bin unterwegs. Ja. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Hallo? Ist jemand da? Ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Der Boss ist nicht allzu glücklich. Das ist das falsche Mädchen. Du musst mir helfen, die richtige zu finden. Ich? Ich hab dir schon geholfen. Und ich hab dir meinen Bienentrick verraten. Wir sind quitt. Warum will dein Boss jemanden so dringend finden, dass er trotz Bombe hier bleibt? Willst du hier nicht raus, Gary? Mir egal. Ich hab sowieso keinen Grund zu leben. Hör zu. Du kennst doch angeblich ein Mädchen, das so aussieht. Annie, du sagtest, ihr Name sei Annie. Vielleicht ist das das Mädchen, das er sucht. Warum bringst du sie nicht her? Und wir geben dir, was du willst. Sprit fürs Flugzeug, deine Freunde, alles. Ich weiß nicht, ob ich das tun will. Das ist nichts Persönliches. Oh. Na schön. Dann lass dich von der Bombe mal nicht in den Hintern treffen. Ich frag die Chefin, ob sie weiß, wo sie hin ist. Sie weiß viel über sie und ihre Verstecke. Okay. Okay. Aber lass mich nicht hängen. Okay. Weg von meinem Wagen! Weg! Weg von meinem Wagen! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.